Montag, 4. Mai 2009. Wir befinden uns auf dem Gipfel des 2700 Meter hohen Mount Lemon im schönen Arizona. Die US-Luftwaffe hatte hier früher eine kleine Radarüberwachungsstation errichtet, die nach dem Kalten Krieg in eine kleine Sternwarte umgebaut wurde. Ein 152 Zentimeter großes Spiegelteleskop erfasst einen zunächst unscheinbaren Himmelskörper. Doch dann sehen wir, dass der in unsere Richtung fliegt. Und das schnell. Wir können ihn gerade noch vermessen und die wichtigsten Informationen daraus ziehen, bevor wir ihn wenige Stunden später aus den Augen verlieren. Er ist einfach zu schnell und zu dunkel, um ihn vor dem Hintergrund des Weltalls noch sehen zu können. Teams von Wissenschaftlern beeilen sich, seine Gefährlichkeit zu berechnen und er erhält den Namen 2009 JF1. Das alles mit den Meteoriten ist ziemlich neu. Noch vor 300 Jahren haben es die meisten Menschen hier in Europa es als puren Aberglauben abgetan, dass tatsächlich Steine vom Himmel fallen könnten. Erst seit dem Zweiten Weltkrieg ist diese Tatsache akzeptiert und wird von der Forschung ernst genommen. Und was wir seitdem gerade in den letzten Jahren herausgefunden haben. Und was das mit der Bibel und was das mit dir zu tun hat, da zieht es dir die Schuhe aus, weil das ist viel, viel größer, als du vielleicht denkst. Damit willkommen beim Bibelfit-Projekt, wo wir versuchen, leicht verständlich tiefer in die Bibel einzusteigen, Jesus im modernen Alltag nachzufolgen und harte Fragen von Nichtchristen zu beantworten. Jeden Beitrag verschenke ich Übersichten, biblische Entscheidungshilfen, komplette Hörbücher und sogar Onlinekurse. Das gibt es alles gratis auf der Website dank freiwilligen monatlichen Spenden von Menschen wie dir und mir. So und eigentlich müsste man jetzt drei Begriffe unterscheiden. Das erste ist ein Komet, wie so eine Art riesiger Schneeball, der durchs Weltall fliegt, wie zum Beispiel in Tunguska. Der zweite Begriff ist ein Asteroid, wie ein riesiger Gesteinsbrocken, der durchs Weltall fliegt. Und erst wenn dieser Asteroid durch die Erdoberfläche durchdringt und vielleicht sogar bei uns auf der Erde einschlägt, nennt man ihn einen Meteoriten. So, ich werde jetzt in dem Video die beiden Begriffe Asteroid und Meteorit nicht immer haarscharf voneinander trennen, weil es ja gerade um diesen Überbegriff von Einschlägen geht. Nur, dass du es weißt, theoretisch müsste man das eigentlich machen. Teil 1 vom heutigen Beitrag. Fangen wir ganz vorne an. Von Meteoriten geht eine reale Gefahr aus. Februar 2013. Ein Blitz, ein Knall, eine Druckwelle. Welchen Schaden ein nur 20 Meter großer Brocken anrichten kann, zeigte sich in Russland. Ein Asteroid war in der Atmosphäre explodiert. 1000 Menschen wurden verletzt. Es ist Freitag, der 15. Februar nach Valentinstag 2013, als eines der wichtigsten astronomischen Ereignisse dieses Jahrhunderts passiert. Der Chelyabinsk-Meteorit. Das ist ein vergleichsweise sehr, sehr kleiner Stein, der vom Himmel fällt. Er ist nur 17 Meter breit, aber dafür über 12.000 Tonnen schwer. Und auch wenn am Ende über 250 aufgeschlagene Bruchstücke gefunden werden, ist der Meteorit selbst zum allergrößten Teil überwiegend in der Erdatmosphäre verglüht. Was vor allem daran liegt, dass er so schräg geflogen ist, dass er so viel Zeit in der Atmosphäre verbracht hat und sich am Luftwiderstand tatsächlich zerrieben hat. Falls das harmlos klingt, dann lass dich davon nicht täuschen. Dieses Verglühen und schließlich Zerbersten des Meteoriten am Luftwiderstand, das hat eine Explosion verursacht, die 20 bis 30 Mal größere Stärke hatte als die Atombombe, die im Zweiten Weltkrieg die Stadt Hiroshima ausradiert hat. Zwar werden damals von der russischen Regierung keine Todesfälle vermeldet – das kommentiere ich jetzt mal nicht – aber es sind über 1491 Menschen aktenkundig, die so schwer verletzt sind, dass sie in ärztliche oder stationäre Behandlung gehen mussten. Und dazu wurden über 7200 verschiedene Gebäude beschädigt oder sogar zerstört. Augenzeugen berichten, noch Stunden danach hätte die ganze Stadt nach Schwefel gerochen. Das wirklich Gruselige ist aber, dass dieser Chelyabinsk-Meteorit bis zum Eintritt in die Erdatmosphäre gänzlich unbeobachtet geblieben ist. Niemand hat ihn gesehen. Woran liegt denn das? Also die ungeschminkte Wahrheit ist, zum einen haben wir gar nicht – dazu gleich noch mal – die technischen Möglichkeiten, alle Meteoriten dieser Größe überhaupt zu erfassen. Und zum anderen liegt das daran, dass der direkt aus Richtung der Sonne kam. Und das musst du dir mal vor Augen halten. Im Jahr 2013 konnten wir ein Haus großen Meteoriten, der Millionen Menschen töten könnte, wenn er steil in München, Berlin oder Wien einschlagen würde. Den konnten wir nicht sehen, weil uns die Sonne geblendet hat. Das macht einen nachdenklich, weil was einmal passiert ist, das kann wieder passieren. Und tatsächlich, es gibt in der Astronomie den Begriff Bolid. Damit ist gemeint, ein außerirdischer Körper, also physikalischer Körper, ein Himmelskörper, der mit der Erde kollidiert. Und wenn es schon einen eigenen Begriff dafür gibt, dann fragt man sich, kommt sowas denn häufiger vor? Schnall dich an. In einem kürzlichen 19 Jahre Zeitraum wurde das untersucht und es wurden sage und schreibe 551 solcher Boliden erfasst. Ja, 255 am Tag und 301 in der Nacht. Das heißt auf Deutsch, dass alle zwei Wochen ein Meteorit in der Erdatmosphäre zerschellt ist. Zum Glück hat Gott die Erdatmosphäre so dick geschaffen und diese Meteoriten waren so klein, dass die Reibung durch den Luft widerstanden, sie weit von allen Menschen entfernt haben, zerbröseln lassen. Aber wenn du dir nur die Zahlen anschaust, dann heißt das, dass jedes Jahrhundert an die 3000 Meteoriten auf die Erde zu rasen. Und das sind nur die, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Also da frage ich mich, okay, aber sind die wirklich alle so klein? Und die Antwort ist, nein. Nein sind sie nicht. Vor Corona gab es 190 eindeutig bestätigte Einschlagstellen von Meteoriten oder sogar richtig großen Asteroiden auf unserer Erdoberfläche. Einige Krater davon sind mehrere Kilometer breit. Und daraus lernen wir, ja, diese Einschläge, die passieren wirklich. Am Donnerstag, dem 23. Juli 2009, ist ein Meteorit von 200 bis 500 Metern Durchmesser, 200 bis 500 Metern Durchmesser auf unserem Nachbarplaneten Jupiter eingeschlagen. Und er hat einen schwarzen Krater in der Größe des Pazifischen Ozeans zurückgelassen. Und als am Montag, dem 18. Juli 1994, 9.33 morgens das sogenannte Bruchstück G des Shoemaker-Levy-9-Kometen, als das am Jupiter einschlägt, konntest du das mit bloßem Auge sehen. Wenn du heute ein normales Kinderteleskop zu Hause hast oder auch ein sehr gutes Fernglas, dann kannst du sogar heute noch die braunen Einschlagkrater auf der Südseite des Jupiters mit bloßem Auge erkennen. Als das zu meiner Lebzeit, da war ich noch Kind, passiert ist, hat das eine Explosion hervorgerufen, die entspricht ungefähr dem, wenn du das gesamte Nukleararsenal der Welt 600 Mal auf einmal zünden würdest. Und es hat einen Krater zurückgelassen, der so groß ist wie der gesamte Erddurchmesser. Wir können einfach nur Danke sagen, dass Gott einen so großen und vor allem schweren Planeten wie den Jupiter geschaffen hat. Der Jupiter, der ist so groß und so schwer, dass seine Anziehungskraft, seine Gravitation durch das gesamte Sonnensystem ausstrahlt. Das führt dazu, dass der Jupiter viele kleine Himmelskörper wie ein Magnet an sich anzieht. Und so werden die zum Jupiter hingezogen und von der Erde abgelenkt. Und deswegen ist Leben hier bei uns überhaupt erst möglich, sonst wären wir nämlich alle schon von Meteoriten zerbombt worden. Astrophysiker nennen diesen wunderbaren Effekt die sogenannte Jupiter-Barriere, weil Jupiter mit seiner Anziehung wie so eine Art schützende Barriere um uns herum bildet. Man schätzt, dass diese nochmal für uns sehr, sehr gute Jupiter-Barriere dazu führt, dass ungefähr 2000 Mal bis 8000 Mal so viele Meteoriten auf dem Jupiter einschlagen, wie überhaupt die Erde erreichen. Deswegen Gott sei Dank für den Jupiter. Und das ist auch bitter nötig, weil weitaus mehr von diesen Steinen hinter den Wolken fliegen, als wir das gedacht haben. Seit wir nämlich angefangen haben, den Himmel systematisch abzusuchen nach Dingen, die uns gefährlich werden könnten, da haben wir knapp 27.000 Meteoriten und Asteroiden, also viel, viel größere Meteoriten, gefunden, die um uns herum fliegen. 27.000. Da fragt man sich, was passiert, wenn einer von denen einschlägt? Das hängt ein Stück weit davon ab, wie schnell der fliegt und auch wie groß oder klein der ist, weil bei einem direkten Einschlag kann das schnell so aussehen, wie auf dem Saturnmond Mimas. Wie es zu einem solchen Krater kommt und wie das physikalisch korrekt aussieht, wenn ein Meteorit einschlägt, das siehst du vereinfacht hier dargestellt. Und wenn von diesen über 27.000 Himmelskörpern auch nur ein Einzelner auf die Erde fällt und was er dort anrichten kann, das haben wir ehrlich gesagt am Dienstagmorgen, dem 30. Juni 1908 gesehen. Es geht um einen etwa 50 Meter breiten Kometen und das ist gar nicht sonderlich breit, darauf kommen wir gleich zurück. Dieser Komet, der fliegt auf Ostsibirien zu. Er schlägt noch nicht einmal ein, sondern verglüht sogar in der Erdatmosphäre am Luftwiderstand. Aber das allein reicht trotzdem aus, weil es löst eine Schockwelle aus, die in Tunguska eine Fläche siebenmal so groß wie München in Sekunden vollkommen zerstört und von der Landkarte wegholzt. Dort wachsen bis heute nur noch Sümpfe. Das kannst du sogar vom Weltraum aus sehen. Die Schockwelle zerwerstet und fällt ca. 80 Millionen Bäume. 80 Millionen, also so viele, wie Deutschland Einwohner hat. Die Feuer am Himmel, die konntest du über 500 Kilometer entfernt sehen. Die Schockwellen, die konntest du bis nach London, Indonesien und Washington messen. Und in den Tagen darauf war der Himmel so hell, dass du je nach Wolkenlage sogar in Schottland mitternachts Fotos machen konntest, ohne jegliche zusätzliche Beleuchtung. Die Anzahl der Todesopfer, die ist nicht sicher bekannt. Aber es sieht alles danach aus, dass wir damals vor 100 Jahren sehr, sehr glimpflich davon gekommen sind. Warum das so ist, dazu musst du etwas verstehen, das viele Leute unterschätzen. Ich erkläre es dir mal anhand eines Nicht-Meteoriten-Beispiels. Das Ding ist nämlich, als am Montagvormittag, dem 27. August 1883, als damals die indonesische Krakatoa-Insel explodiert, die gesamte Insel, die ganze Insel ist in die Luft gejagt worden. Das brauchte eine Energie, die entspricht zu ungefähr einem Zehntel des weltweiten heutigen Nukleararsenals. Damals hat es über 36 bestätigte Todesopfer zur Folge gehabt. Und das, by the way, das sind nur die offiziellen Zahlen, die die niederländische Besatzungsmacht damals gemeldet hat. Du kannst dir also selber ausmalen, wie hoch die Dunkelziffer wohl gewesen sein wird. Und als die Krakatoa-Insel explodiert war, hat das eines der lautesten Geräusche der ganzen Menschheitsgeschichte von sich gegeben. Das hat siebenmal dieses Geräusch, diese Explosion, der Knall, hat siebenmal die Erde umrundet, konnte also von jedem Menschen auf dem Planeten gehört werden. Vor allem aber hat es dazu geführt, dass sich durch die Abermillionen Tonnen Staub und Schwefel in der Erdatmosphäre für Jahre der Himmel leicht verdunkelt hat und weltweit die Temperaturen abfallen. Das Klima, das kommt völlig durcheinander und weltweit gibt es monatelang Regenfälle. Und das war fast noch harmlos. Als wenige Jahre davor, 1815, der Mount Tambora in Indonesien explodiert, da führt das zum einen zu fast 100.000 unmittelbaren Todesopfern. Es führt auch dazu, dass wir durch die Verdunklung der Erdatmosphäre weltweit für bis zu drei Jahre lang dunkelgelbe Himmel hatten. Lies es selbst nach. Das ist in vielen Gemälden der damaligen Zeit verewigt. Aber auch die gesamte Erdtemperatur ist so abgeflacht, besonders hier bei uns in der nördlichen Erdhalbkugel, dass viele Ernten komplett ausfallen und Nutztiere zu Hunderttausenden sterben. Auch für uns Menschen gibt es kein Weizen, kein Hafer, keine Kartoffeln. Viele lernen das irgendwie nicht mehr in der Schule. Was das vor 200 Jahren, vor nur 200 Jahren, damals waren unsere Ur-Ur-Urgroßeltern, waren noch am Leben, was das für eine Katastrophe von biblischem Ausmaß war. Es gab eine Verfünfzehnfachung von Preisen, Verfünfzehnfachung für Nahrungsmittel. Es gab Plünderungen, es gab Aufstände auf den Straßen. Ja, wir in Europa, wir hatten gerade die napoleonischen Kriege irgendwie überstanden, danke auch, und haben es jetzt direkt danach mit einer der größten europäischen Hungersnöte des ganzen Jahrtausends zu tun. Historiker gehen davon aus, allein im heutigen Großbritannien sind infolge dieser Hungersnöte und Begleitkrankheiten über 65.000 Menschen gestorben. Und die weltweite Zahl der Todesopfer von diesem Ereignis dürfte die Viertelmillion Menschen sogar übersteigen. Vielleicht ahnst du jetzt ein bisschen, ja, das Hauptproblem, das ist noch nicht mal der unmittelbare Einschlag, ja, solange das jetzt nicht Stuttgart oder Zürich ist, sondern das Hauptproblem. Das ist, was danach kommt. Wie viel Material, wie viel Geröll, und es klingt so harmlos, wie viel Staub in die Erdatmosphäre hineingejagt wird. Und im Fall eines Meteoriteneinschlags hängt das hauptsächlich ab von der Größe des Meteoriten. Wie groß sind denn also diese Meteoriten, die jetzt gerade in dieser Minute an unserer Erdumlaufbahn oder sogar unsere Erde selbst vorbeifliegen? Die einfache Antwort dafür ist, ein paar Krater anzuschauen. Hier siehst du ein kleines Beispiel vom sogenannten Kaali-Krater in Estland, der entstanden ist durch einen kleinen Meteoriteneinschlag vor ca. 1500 vor unserer Zeitrechnung. Trotzdem hat dieser kleine Meteorit ausgereicht, in Sekunden einen über 100 Meter großen Krater zu erschaffen. Und er hat den gesamten Wald mit einer Fläche von über 50 Millionen Quadratmeter verbrannt. Archäologen konnten inzwischen zeigen, dass die Gegend vor dem Einschlag schon besiedelt war. Wir wissen nicht, wie viele Menschenleben das am Ende gefordert hat. Was wir aber wissen, ist, dass dieses Ereignis so gewaltig war, dass es sogar Eingang gefunden hat in die Mythologie finnischer Legenden, wo du es bis heute nachlesen kannst. Wenn also so ein Windmeteorit mit einem so überschaubaren Krater das schon anrichten kann, was um alles in der Welt ist dann abgegangen, als der riesige Behringer-Krater in Arizona entstanden ist? Und darum geht's. Ja, es gibt Meteoriten da draußen, die in unsere Richtung fallen. Und ja, die Erdatmosphäre hält nicht alle davon ab. Und ja, es sind auch Meteoriten in einer solchen Größe dabei, dass sie in Minuten einen Schaden anrichten können, der jeden Atomkrieg wie einen harmlosen Silvesterböller aussehen lässt. Dazu hat die US-Raumfahrtbehörde NASA in ihren Scans über 1400 verschiedene Objekte gezählt und bestätigt, die von jetzt bis in 100 Jahren von jetzt direkt an unserer Erdumlaufbahn oder sogar der Erde selbst vorbeifliegen und die im Durchschnitt 113 Meter breit sind. Einige davon sind weitaus über 140 Meter groß, also haben solche gigantischen Ausmaße, dass die meisten Experten sich einig sind, wenn ein Felsen in der Größe bei dem Gewicht bei uns einschlägt, dann kann uns auch kein Einschlagswinkel mehr schützen. Das ist die Größe, bei der wir von Katastrophen im biblischen Ausmaß reden. Und diese Dinger sind real und jetzt schon auf dem Weg in unsere Richtung. Zum Vergleich, der Meteorit vom Barenta-Krater, der ist keine 50 Meter groß gewesen. Und auch der Tunguska-Komet ist ungefähr gleich groß gewesen. In den nächsten 100 Jahren fliegen 1400 solche Teile direkt an der Erde vorbei, die über doppelt so groß sein können und einige davon erheblich größer. Und was können wir dagegen machen? Naja, ehrlich gesagt nicht viel. Es gibt ein paar unausgereifte Vorschläge. Einer der besseren Vorschläge ist es zum Beispiel, einen Brennspiegel ins All zu schicken, der die eine Seite des Meteoriten so erhitzt, dass das auf den Meteoriten selbst so eine Art kleinen Vulkan entstehen lässt. Und der Ausstoß von diesem kleinen Vulkan, der soll dann wie so eine Art Düsenantrieb wirken, die die Umlaufbahn des Meteoriten von der Erde wegschiebt. Theoretisch super, aber auch bei der Methode gibt es bei der Umsetzung eine Menge Fragezeichen. Und selbst wenn das funktionieren sollte, wird uns das rein gar nichts helfen bei all den Meteoriten, die wir nicht oder einfach zu spät sehen, wie bei dem Chelyabinsk-Meteoriten vor neun Jahren. Was können wir also am Ende tun? Also Stand heute nicht viel. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir persönlich macht das zwar schon etwas Angst, aber, und das habe ich jetzt in den Tagen vor diesem Beitrag hier gemerkt, vor allem löst das in mir auf so einer tieferen Ebene, und das klingt jetzt vielleicht absurd, aber es löst bei mir sogar so eine Art Gelassenheit aus. Darüber will ich mit dir am Ende vom Video kurz sprechen. Mir hat das während der Recherche gezeigt, wie sehr wir wirklich in Gottes Hand liegen. Weißt du, wenn Gott uns vor einem Meteoriteneinschlag beschützen will, dann wird er das tun, wird er machen. Und wenn Gott den Meteoriteneinschlag zulassen oder sogar bewirken will, dann wird er das auch tun und es wird passieren. Und nachdem wir die ganze Zeit über Katastrophen von biblischem Ausmaß gesprochen haben, ist die Frage, wird das jetzt passieren? Weil wenn es um die Zukunft geht, dann hat die Bibel ein ganz schönes Stück mitzureden. In wenigen Sekunden geht es weiter. Ich habe vor kurzem gesehen, dass immer noch mehr als vier von zehn Menschen, die diese Videos hier mit dir zusammen sehen, diesen Kanal noch nicht abonniert haben. Komm schon, Leute! Es ist keine Wissenschaft. Indem du die Glocke unter diesem Video drückst, hilft das dem Bibelfit-Projekt und wegen des YouTube-Algorithmus hilft das grundsätzlich christlichen Beiträgen in sozialen Medien. Es gibt keinen Nachteil für dich und du kannst das Ganze mit zwei Fingerbewegungen helfen, dass die beste Botschaft der Welt verbreitet wird und das anonym. Also ich würde mich freuen. Teil 2 vom Beitrag. Meteoriten in der Bibel. Weißt du, so häufig wie Meteoriteneinschläge vorkommen, müsstest du eigentlich erwarten, dass früher oder später die auch in der Bibel erwähnt werden. Und so ist es. Schon beim Propheten Amos ist die Rede von einem historischen großen Erdbeben, wo es heißt Hadarash. Das heißt eine wirklich große Erschütterung der Erde. Aber das ist ja ein Erdbeben. Gibt es jetzt auch Bibelstellen, wo es um Meteoriten gehen könnte? Tatsächlich ja. In der Bibel ist viel von Himmelskörpern die Rede. Schau mal beispielsweise in der Apostelgeschichte, als Paulus in Ephesus ist. Ja? Hör mal, womit der Stadtangestellte die Menge in Ephesus zu beruhigen versucht. Da heißt es im Urtext, katasteilas te ho gramatois ton ochlon. Also schließlich gelang es dem Stadtsekretär, die Menge zu beruhigen. Andres Ephesioi. Tiscarestin anthropos huuginoske. Männer von Ephesus. Welcher Mensch wüsste denn nicht, dass die Stadt Ephesus, und dann sagt er weiter, tes megalis theas artemidos kaitu diopetus, dass die Stadt Ephesus die Tempelhüterin der großen Artemis ist und ihres vom Himmel gefallenen Steines. Heutige Historiker gehen davon aus, dass damals in Ephesus eine Art Meteorit angebetet wurde, weil man glaubte, in dem damaligen Meteoriten so eine Art Bildnis, so eine Art gesichtsförmige Form zu sehen, der Göttin Artemis. Oder im Buch Josua, wo berichtet es von der Schlacht zwischen Josua und den mörderischen Amoritern, wo es im Urtext heißt, Wavonai hishlach alehem avonim gedolot min hashamayim. Da ließ der Herr große Steine vom Himmel auf sie fallen, bis nach Asseka, dass sie starben. Und von ihnen, den Amoritern ist gemeint, starben viel mehr durch die Steine, als die Israeliten mit dem Schwert töteten. Ja, also Gott greift in der Stadt ein, durch einen, wie sollen wir es nennen, Meteoritenschauer. Und dass Gott Himmelskörper nimmt, um Menschen zu richten, das ist auch nichts Neues. Ja, schau mal rein, was im Urtext steht, an der Stelle von Sodom und Gomorra, wo es heißt, Wavonai himtir, also Gott ließ regnen, al-sedom wa al-amorah, auf Sodom und auf Gomorra hinauf, gafrith wa esh, ja, Feuer und Schwefel, me'eth adonai min hashamayim, von dem Herrn selbst aus dem Himmel herab. Jetzt denkst du vielleicht, hu, das klingt ja düster. Ich dachte, Gott liebt alle Menschen. Hat er nicht selbst nach der Sinnflut noch gesagt, dass er nicht noch einmal die Erde zerstören wird? Dann müssten wir doch sicher sein. Gibt's nicht deswegen dieses ganze Ding mit dem Regenbogen und so? Naja, nicht ganz, weißt du. Lies mal genau nach, was Gott eigentlich nach der Sinnflut sagt. Er sagt in Genesis 11, nie wieder werde ich das Leben durch eine Wasserflut vernichten. Nie mehr wird eine Flut die Erde zerstören. Da heißt es im zweiten Petrusbrief, die Himmel und die Erde, die jetzt existieren, ja, die sind schon vorbereitet für das Feuer und sie werden bereit gehalten bis zum Tag des Gerichts, ja. Das heißt, es gibt definitiv ein Gericht und es gibt definitiv ein Ende der Welt, ja. Bei den ganzen Wohlfühlpredigten, die man heutzutage hört, wo es hauptsächlich darum geht, dass wir eine politische Zusammenfassung der Tagesschau kriegen oder so und wie wir uns fühlen und all diese ganzen Sachen, da übersehen wir das nämlich schnell, ja. Das jüngste Gericht und Gottes Zorn, das kommt ganz oben bei den Top 50 Themen, über die Jesus selbst spricht. Immer wieder spricht Jesus und spricht Gott selbst davon, dass das mit großen Erscheinungen am Himmel einhergehen wird. In zwei Beispielen macht er das mit einer übertragenen Sprache. Zum Beispiel heißt es an einer Stelle, nagulu chassefer, hashamayim, ja. Der Himmel, heißt das übersetzt, wird wie eine Schriftrolle zusammengerollt werden. Das ist wahrscheinlich noch übertragen gemeint, ja. Und an einer anderen Stelle, in Offenbarung 9, heißt es, und der fünfte Engel blies seine Posaune und ich sah einen Stern fallen von dem Himmel auf die Erde. Und diesem Stern, ja, dem wurde gegeben ein Schlüssel, der Schlüssel zum Abgrund. So, jetzt sehen Sie vielleicht, was passiert hier eigentlich? Das hat ein bisschen was zu tun mit der Offenbarung, die in zwei Teile geteilt ist. Ich habe im letzten Winter eine große Videoreihe gemacht zum Thema Offenbarung, wie die aufgebaut ist. Du kannst gerne die Glocke hier unter diesem Video drücken, da wird es auch angezeigt. Jedenfalls gibt es in der Offenbarung Siegelplagen, es gibt Posaunenplagen und es gibt Schalenplagen, diesen Teil von 19 Plagen der Endzeit. Hier jedenfalls geht es um die fünfte Posaunenplage. Von dem Stern, der dort die Rede ist, ist aber sehr wahrscheinlich ein Engel gemeint. Das hängt damit zusammen, dass in der Heiligen Schrift Engelwesen sehr häufig mit Sternen gleichgesetzt werden. Warum das so ist, ist faszinierend. Wir machen später, entweder Ende diesen Jahres oder Anfang nächsten Jahres, noch eine Videoreihe über Engel und über unsichtbare Botenwesen. Du kannst gerne hier die Glocke drücken und einen Kommentar dazu schreiben. Wenn es euch so stark interessiert, kann ich das auch nach vorne ziehen. Aber zurück zum Thema. Es gibt teilweise auch Prophezeiungen, die uns sagen, was wir zu erwarten haben in der Zukunft. Ja, so heißt es zum Beispiel beim Propheten Joel, ein Tag der Finsternis wird es sein, ein Tag der Wolken und ein Tag der dicken Dunkelheit. Wie Finsternis wird sie sich ausbreiten über den Bergen. Solches hat man niemals zuvor gesehen, noch wird man es noch einmal sehen in allen Generationen. Und im zweiten Petrusbrief heißt es, der Tag des Herrn, der wird kommen wie ein Dieb in der Nacht, an dem die Himmel, ja wie heißt das dann, an dem die Himmel nicht mehr existieren werden mit, jetzt kommt's, mit einem lauten Geräusch, mit einem lauten Geräusch. Im griechischen Urtext steht da das Wort Leuzedon, ja, ein ganz, ganz lauter Knall. Das ist etwas, was nur einmal in der Bibel vorkommt, diese ganze Vokabel. Und weil wir gerade von den Posaunenplagen der Offenbarung gesprochen haben, ja, weißt du, was passiert, wenn die erste Posaune ertönt in der Offenbarung? Dann ist die Rede davon, dass es Feuer gibt und brennende Partikel, die vom Himmel fallen, ja. Heißt es an einer anderen Stelle in der Offenbarung, der zweite Engel, der blies seine Posaune und etwas wie ein großer Berg brennend mit Feuer, ein großer Berg brennend mit Feuer, also Oros Megapyri Kaiomenon, das steht im griechischen Text, der wurde geworfen in das Meer und ein Drittel des Meeres verwandelte sich in Blut. Manche sagen jetzt, ja, dass das die Erfüllung einer Prophezeiung sein soll aus Jeremia 51, dass das irgendwie übertragen gemeint ist, ja. Da scheint aber ein bisschen mehr dahinter zu stecken. Und den Grund, den findest du hier. In Matthäus 24 findest du wie Jesus wenige Stunden, wenige Tage vor seinem Tod, so um Gründonnerstag, Mittwoch, Dienstag der Passionswoche, ja, wo er eine Rede hält. Und dort sagt er unter anderem, in solchen Tagen wird die Sonne Sicht verdunkeln und der Mond wird nicht sein Licht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels, die werden zerrüttelt werden. Hm, dann lass uns mal zusammenzählen, ja. Du hast also Sterne, die vom Himmel fallen, du hast keinen Sonnenschein und du hast, dass der Himmel feuerrot wird. Hm, also nach all dem, was du bisher, ja, in diesem Beitrag schon über Meteoriteneinschläge gesehen hast, wenn dir jetzt jemand sagen würde, dass diese Verse die Auswirkungen eines Meteoriteneinschlags beschreiben sollen. Also da würde ich nicht mehr sagen, dass das total daneben ist, oder? Nun gibt es eine Prophezeiung aus Psalm 37, die sagt, die Gerechten oder auch die Gerechtfertigten, sie werden die Erde besitzen und sie werden für immer auf der Erde leben. Das heißt aber nur, dass die Erde, solange sie besteht, immer bewohnt sein wird. Es heißt nicht, dass die Erde an sich immer bestehen wird, ja. Deshalb schau dir mal diese extrem interessante Prophezeiung aus Offenbarung 8 an, wo es heißt, Kai hotritos angelos esalpisen, also nachdem der dritte Engel die Posaune geblasen hatte, Kai epison ek tu oder nu, aster megas caomenos hos lampas, ja, stürzte ein großer Stern vom Himmel herab, der brannte wie eine Fackel. Dazu gleich. Kai epison epitotriton ton potamon kai epitas pegas hydaton und er fiel auf ein Drittel aller Flüsse und Quellen. Dann heißt es weiter, to anoma tu asterus legetai absintos, ja. Das heißt, der Name des Sternes ist absintos, absint, Wermut steht in manchen deutschen Bibelübersetzung, das mal ganz kurz so stehen. Kai genetai totriton eis absinton. Und das heißt, das Einschlagen dieses Steines machte ein Drittel von allem Süßwasser bitter. Kai poloi anthropon abethanon ek ton hydaton hoti epikrantesan. Also viele Menschen sterben von den Wassern, weil sie bitter geworden waren. Also, nochmal ganz langsam zusammengefasst, ja. Ein großer Stern fällt vom Himmel herab. Er brennt wie eine Fackel. Also leuchten, brennen, wie eine Fackel, so dargestellt wie, ja, wie eine Fackel hinten mit ihrem Stab, ne. Dann fällt er auf ein Drittel aller Flüsse und ein Drittel aller Quellen und dann wird ein Drittel von allem Süßwasser bitter. Und die Menschen sterben von dieser, was es immer sein soll, Bitterkeit des Wassers. Als ich vor Jahren diese Stelle zum allerersten Mal gelesen hatte, und nochmal, damit kannte ich mich nicht mit der Bibel großartig aus. Ich hatte gerade, wie gesagt, ich war gerade dabei, das Neue Testament zum ersten Mal zu Ende durchzulesen. Also völlig unreflektiert oder irgendwas. Selbst damals hatte ich irgendwie so im Hinterkopf so die spontane Assoziation drin, ob das irgendwie eine Rakete sein soll oder irgendwas in der Richtung, was das mit der Bitterkeit auf sich hat, ob das eine Vergiftung ist, ob das eine radioaktive Verseuchtung ist oder was auch immer. Das mit den Gewässern, weißt du, das macht eigentlich nur an einer Stelle so richtig geografisch Sinn. Nämlich im Großgebiet um Jammu und Kaschmir, im Himalaya, im Großraum um die nordindisch-pakistanisch-chinesische Grenze herum. Zum einen ist es einfach ein Fakt, dass der größte Teil der Weltbevölkerung, der lebt nun mal in Südostasien. Und es ist tatsächlich so, dass ein Drittel der Menschheit, die ist abhängig von Frischwasserversorgung, das im weiteren Sinne aus den Flüssen dieser Gebirgsketten kommt. Würden also diese Flüsse mit ihren Quellen und Zuläufen irgendwie verbittert, radioaktiv verseucht, vergiftet, was auch immer damit gemeint ist, dann ist es ein reales Szenario, dass dadurch der Wasserkreislauf von damit ein Drittel der Menschheit vergiftet werden könnte. Nochmal, um jetzt keine Verschwörungstheoretiker anzuziehen. Ich sage nicht, dass das damit gemeint ist und ich weiß auch nicht, was diese Stelle in der Offenbarung meint. Ich sage aber, wenn du auf dem ganzen Planeten nur eine einzige Stelle hättest und diese Stelle finden müsstest, um die Trinkwasserversorgung von einem Drittel der Menschheit zu vergiften, dann kommt geografisch nur diese eine Gegend überhaupt in Frage. Und ich sage, dass das, was wir hier in der Offenbarung lesen, wenn es sich wirklich so erfüllen würde, dann könnte das gut möglich den Einschlag eines Boliden auf unserer Oberfläche beschreiben. Es würde nun mal einfach passen. Kaschmir hin oder her. Falls dir diese Zusammenhänge noch nie so klar waren, kann das daran liegen, dass du beim Bibellesen manchmal einfach den Wald vor lauter Bäumen irgendwie nicht mehr siehst. Das ist auch normal. Wenn man überfordert ist, neigen die meisten von uns dazu, sich an irgendwelchen Details festzubeißen. Um dir dabei zu helfen, habe ich dir die Roadmap durch die Bibel erstellt. Das ist eine kleine Übersicht, die schon tausende Menschen vor dir runtergeladen haben. Und jeden Monat bekomme ich viele Mails von Leuten, die sagen, wie sehr ihnen das hilft, sich durch ihre eigene Bibel zu navigieren. Das ist richtig schön. Also guck es dir an und entscheide selbst, ob du es nutzen möchtest. Ist kostenfrei und der Link ist hier in der Videobeschreibung. Und Teil 3 vom heutigen Beitrag. Dieser konkrete Meteorit 2009 JF1. Wird er jetzt einschlagen oder nicht? Also, lass uns mal die Fakten anschauen. Das Atlas-System der NASA, das scannt jede klare Nacht, wenn es nicht bewölkt ist, während du schläfst, in 15 Minuten Intervallen viermal den gesamten Himmel ab. Mit vier vollautomatischen Observatorien im Pazifik, ein in Südafrika und ein in Chile. Es ist noch längst nicht perfekt, noch lange nicht. Aber es ist das Beste, was wir haben. Und die wirklich gute Nachricht ist, dass dieses Atlas-Frühwarnsystem sogar in den letzten Monaten um mehrere vollautomatische Sternwarten ergänzt worden ist. In der Sekundärliteratur habe ich gefunden, dass man schätzt, dass es ca. dreimal so viele von diesen riesigen, über 140 Meter großen, ja, weltenden Asteroiden in unserer Nähe gibt, als wir zu diesem Zeitpunkt erfasst haben oder sehen können. Ich habe jetzt zwar verschiedene Berechnungsmodelle gelesen, aber diese konkrete Angabe, ja, dass es angeblich dreimal so viele von diesen weltenden Asteroiden gibt, wie wir bis jetzt erfasst haben, die konnte ich tatsächlich in keiner offiziellen Quelle bestätigt finden. Ja, nicht bei der NASA, nicht beim Atlas-System und nicht im Space Guard-Katalog des US-Kongresses. Im Gegenteil ist die NASA inzwischen so weit, dass alle ein Kilometer großen Meteoriten als erfasst gelten. Und das, das ist richtig, richtig gut. Von daher lassen wir mal die unbestätigten Sachen aus der Sekundärliteratur, die lassen wir mal ganz kurz so stehen. Wir fokussieren uns jetzt mal nur auf das, was wir vom JF-1-Meteoriten tatsächlich gesichert wissen. Und das fängt ganz wichtig mit dem Durchmesser an. Der hat einen Durchmesser von zehn Metern. Und damit ist er deutlich kleiner als das Chelyabinsk-Meteorit. Der Chelyabinsk-Meteorit, der hat zwar eine große Druckwelle ausgelöst, aber er ist trotzdem überwiegend in der Erdatmosphäre von 29 bis 29 Kilometern Höhe verglüht. So dass bei uns hier, ja, bei unserem JF-1, das müsste sogar vollständig passieren, dass der vollständig in der Oberfläche verglüht und nichts davon bei uns ankommt. Und weil unser JF-1 nochmal deutlich kleiner ist als der Chelyabinsk-Meteorit, wäre auch die Druckwelle, wenn der verglühen würde, deutlich kleiner. Und jetzt denkt mal selbst darüber nach. 70,8 Prozent der Erdoberfläche besteht aus Wasser. Und menschliche Infrastruktur, das heißt also von uns bearbeitetes Land, Bergbau, Straßen, Bahngleise, Staudämme, Gebäude, also was es alles gibt, ja, alle Orte, bei denen sich regelmäßig und planmäßig Menschen aufhalten. Das beinhaltet im weiteren Sinne nur 14,6 Prozent der Erdoberfläche. Rechnen wir also beides mal zusammen. Die jährliche Zahl von ungefähr 53.000 Schiffen auf allen Flüssen und allen Meeren und Ozeanen, die nehmen wir mal dazu, mit einer durchschnittlichen Besatzung von 53 Personen pro Schiff. Dann kommst du am Ende darauf, dass Menschen sich zu jedem Zeitpunkt sich auf weniger als 14,7 Prozent der Erdoberfläche aufhalten. Das heißt auf Deutsch, selbst wenn der JF1 in die Erdatmosphäre fallen würde, wenn er sogar steil fallen würde, ja, also nicht verglühen könnte am Luftwiderstand, selbst dann hätte die größte Druckwelle, die er nur physikalisch verursachen kann, hätte nur, in Anführungsstrichen, eine 1 in 7 Chance, irgendeinem Menschen überhaupt gefährlich zu werden. Und dazu kommt, dass aller Voraussicht nach unser Meteorit zwischen 7 Millionen bis 30 Millionen Kilometer an der Erde vorbeifliegt, ja. Und selbst bei der gefährlichsten Berechnung, bei der gefährlichsten Schätzung, ja, ist er dann in der Folge immer noch über 8200 Kilometer weit weg, um irgendwie ernsthaft von der Erdanziehung oder überhaupt in irgendeiner Weise vom Erdorbit erfasst zu werden. Also zusammengefasst, ja, wir reden also von etwas, das kleiner ist als ein Wohnungsflur und das sich in einer Entfernung von hier bis nach Südafrika weiter befindet, als es überhaupt jemals beeinträchtigt werden kann. Wie gefährlich kann es also dieser konkrete Meteorit wirklich werden? Und die Antwort ist weniger als 1 in 140.000. Das ist, als würdest du eine Münze werfen und direkt beim ersten Versuch 17 Mal hintereinander aufeinander folgend nur Kopf werfen. Ja, beim ersten Versuch 17 Mal hintereinander aufeinander. Wenn du das kannst, schick mir das Video. Nee, Spaß beiseite. Wenn du wirklich sowas bewirken oder vorhersagen könntest, dann bist du wahrscheinlich Multimilliardär, weil jeder einzelne deiner Kapitalmarktvorhersagen ein absoluter Gewinner ist. Spaß beiseite, ja. Es gibt auch zwei Maßstäbe, mit denen man die Gefährlichkeit von Meteoriden oder sogar Astheoriden messen kann. Das erste ist die sogenannte Torino Scale. Die ist zwar simpler und deshalb wird sie auch von manchen Zeitungen oder Medien benutzt, aber die ist auch schon so stark vereinfacht, dass sie in vielen Punkten umstritten ist, ob man damit wirklich seriös was anfangen kann. Und deshalb habe ich mich für dich mal gleich in die zweite, die wissenschaftliche Skala, eingearbeitet, die sogenannte Palermo Technical Impact Hazard Scale. Die logarithmische Formel hinter der Skala, die ist durchaus interessant und wie genau man für unseren Meteoriten auf eine Bewertung von minus 4,41 kommt und warum das total Sinn macht. Aber in Kurzfassung heißt das auf Deutsch letztlich nur Folgendes. Am 6. Mai ist der JF1 für dich und mich circa 26.000 Mal ungefährlicher, als es an jedem anderen Tag ist von irgendeinem unbekannten Meteoriten in derselben Größe getroffen zu werden. Und das heißt also, du hast schon eine 26.000 Mal höhere Gefahr überlebt, als du gestern früh überhaupt aufgestanden bist, als die Gefahr, die am 6. Mai vom JF1 ausgeht. Ich weiß nicht, ob das dich jetzt insgesamt beruhigt, aber ich hoffe, du siehst, vom JF1 geht für dich oder mich überhaupt keine Gefahr für irgendwen aus. Aber der Meteorit namens 99942 Apophis, ja, der klingt doch schon so gefährlich. Das ist dagegen eine ganz andere Nummer. Der wird in einer solchen Nähe an uns vorbeifliegen, dass er uns zehnmal näher dran ist als der Mond. Und dieser Meteorit, der steht auf einer Palermo Skala von positiv 1,1. Das ist der höchste jemals gemessene Wert für den uns am gefährlichst werdendsten Himmelkörper. Weil das bedeutet umgerechnet, dass wir eine Chance von 1 zu 37 haben, von dem getroffen zu werden. Der fliegt in wenigen Jahren an dir und mir vorbei. Aber wichtig, er fliegt vorbei. Er wird nicht einschlagen. Was es damit auf sich hat? Naja, falls du möchtest, dass ich zu diesem anderen, diesem Apophis-Meteoriten, dass ich dazu ein eigenes Video mache, dann drück gerne die Glocke hier unter diesem Video, schreib es in den Kommentar und dann will ich versuchen, einen Experten hier an Land zu ziehen, der uns das mit dem Apophis genauer erklären kann. Und Teil 4 des heutigen Beitrags. Was machen wir jetzt damit? Weißt du, wie meistens musste dieser Beitrag hier in großer Eile entstehen? Und viele Gedanken habe ich mir dazu gemacht auf einer Zugfahrt nach Leipzig zu einer Tagung. Ich hatte den Laptop mit und ich habe auf meinem Laptop so eine App, die jeden Tag den Bildschirmhintergrund ändert und mir immer einen zufälligen Bibelfers dazu anzeigt. Und schau mal, was an dem Morgen, als ich nach Leipzig gefahren bin, um hieran zu arbeiten, zufällig angezeigt wurde. Der Sternenhimmel und ausgerechnet davor Psalm 3. Auch wenn Zehntausende mich anfallen, werde ich mich nicht fürchten. Und wie passend ist das? Weißt du, jedes Jahr rasen zehntausend kleinere Meteoriten auf uns zu, die wir nicht einmal mitbekommen. Und statt auf die Einschläge zu schauen, hat mir das gezeigt, bin ich denn eigentlich dankbar genug für all die Einschläge, die Gott von mir, von dir, von unseren Lieben und von allen anderen Menschen abgewendet hat. Und weißt du, mal ganz unabhängig davon, ob uns der JF1 oder der Apophis trifft oder in 70 Jahren irgendein anderer Meteorit, unabhängig davon, ob du und ich das Ende der Welt persönlich miterleben, jeder von uns beiden hat seine persönliche Endzeit. Sagt Gottes Wort dazu, dem Menschen ist es bestimmt, einmal zu sterben. Und deswegen ist es richtig und wichtig, dass wir darüber sprechen, welche Auslegungen auch von biblischen Prophezeiungen am meisten Sinn ergeben. Gottes Gerichtsverhandlung, die gilt für uns alle. Weißt du, seit du angefangen hast, diesen Beitrag hier zu sehen und zu hören, sind über 3000 Menschen gestorben. Das ist voller und größer als die meisten Hörsäle. Das ist größer als die meisten Kirchen. Das sind 30 komplette Straßenbahnen. Stell dir einfach mal vor, 2500 Autos, wie lang diese Schlange, was das für ein Stau wäre. 2500 Gräber, 2500 Särge, die durch Friedhöfe und durch Straßen in Prozessionen getragen würden. Das wäre eine einzige Prozession von über 5 Kilometer lang. Ist dir das klar? Du weißt nicht, wann du dran bist. Und angenommen, du wüsstest, wann du Jesus triffst, so oder so, Meteorit oder ohne, würdest du in deinem Leben was ändern? Würdest du was ändern? Weil wenn die Antwort ja ist, dann solltest du das vielleicht jetzt ändern. Und deshalb kann das ja dein Weckruf sein, für dich wirklich was zu verändern. Wenn das dazu führt, dass du diesen Beitrag gesehen hast, dass du dich hinterfragst, wie Gottes und deine Beziehung ist und was du ändern möchtest und wie du Nachfolge lebst und wie du deinen Alltag gestaltest, dann mach das doch jetzt und warte nicht auf irgendeinen dummen Stein.